Ich bin Sarah Belmont, ich bin Inhaberin der Agentur Belmodels. Ich freue mich total auf den 13.12. Für mich ist Business Tailment nicht mehr wegzudenken, da man die besten Kontakte dort machen kann und ich auch bisher sehr sehr viele gute Kontakte gemacht habe. Also für mich ist Netzwerken in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr wegzudenken. Genauso wie Business Tailment. Ich freue mich euch dort zu sehen. Oh, oh baby, oh, oh baby.